Okay, ich verstehe. Nee, Sie verstehen gar nichts! Macht es Ihnen eigentlich Spaß, Zwei Liebenden ihren wichtigsten Moment im Leben zu zerstören? Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie meine Frau werden will. Entschuldigung. Und jetzt? Willst du mich heiraten? Unbedingt. Unbedingt. Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Ja? Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen frei machen. Ich will ausbezahlen. Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu gucken. Aha. Ich hatte Lust Medium bei das Wentz theatres. Ich hatte Lust val��. Ich tutte Wesi. Ichuateゲven. Wenn duormuş es три hole zurück. Ich meine Frau ich vacant und mir suis. Du yeah, sie ist wie ein Kammer. Aber im Bü ore wars die Welt. ch grand.